Ja, hallo ins Studio. Ich melde mich nochmal von der Autogrammstudie von Bibi's Beauty Palace. Sie wurde jetzt abgebrochen. Wie man sieht, der Platz wird jetzt geräumt, denn es ist wirklich eskaliert. Es musste Polizei einrücken, Security musste einrücken. Es geht vielen nicht so gut. Sie hatten epileptische Anfälle zum Teil oder sie sind einfach zusammengebrochen, dehydriert. Bibi ist jetzt schon weg. Also sie ist jetzt nicht mehr hier. Und man weiß nicht, was jetzt ist, ob es jetzt nochmal kommt, aber es wurde abgebrochen und die meisten gehen jetzt nach Hause. Auch die Fans, die freut es einfach nicht mehr hier zu bleiben. Ich gebe zurück ins Studio.